Hey, was geht? Eivant von iDesignish hier. So, neben meinem ganzen Kram, den ich gerade zu erledigen habe, mal ein bisschen kleinen Quickie nebenbei. Ich zeige euch heute mal ganz kurz, wie ihr eine Yu-Gi-Gi-Gi-Karte machen könnt, in 3D, wenn ihr irgend so ein kleines Filmchen oder sowas machen wollt. Deshalb schwafeln wir nicht lang rum, sondern fangen wir an. Ihr macht euch erstmal einen Würfel. Den Würfel zieht ihr euch dann ungefähr so zurecht, dass es ungefähr hindern könnte von der Größe her von der Karte. Heißt, ich denke, ich so ist okay. Dann drücken wir mal C, damit wir Polygone auswählen können. Dann gehen wir hier auf unser Polygon-Werkzeug, wählen uns vorn aus, machen uns ein Material. Dann wählen wir uns bei Farbe. Also als erstes müsst ihr natürlich dann im Internet einfach eine Karte finden, die euch gefällt. Zum einen hinten, das hinten Logo, wie ihr sehen könnt. Und dann auch gleich nochmal das vorne Logo, also vorne ein Bildchen, wie ihr es haben wollt. So, jetzt müsst ihr gucken, wie ihr es haben wollt, weil hier ist es mir ein bisschen zu groß. Das heißt, das weiße überlappt. Das gefällt mir nicht. Daher wähle ich hier die Textur aus und kann hier mit den Reglern verstellen nach links oder rechts. Länger machen, kleiner machen. So, und schauen mal, wie das Ganze aussieht. So. Ups. So, ich denke, das ist gleichmäßig. Ja, ich denke ein bisschen muss es noch. Na gut, dann müssen wir hier noch ein bisschen spielen. Aber ihr kriegt die Idee. Prinzipiell, ja, näher weiß es nicht sein. Aber gut, er kriegt die Idee. Mist, das ist der Vorzeigefekt, dass es nicht so schnell geht. Eigentlich wollte ich das schneller machen. Na. 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 So, ich denke, das ist okay. Und jetzt oben. Weil im ehrlichsten sein, wenn wir das gleich ausstellen hier. Ups. Na. Wenn wir das gleich ausstellen, sieht es eh keiner, weil wir gucken nur uns die Vorderfronts an. Aber trotzdem, um euch das zu zeigen. Und jetzt hier die Seite für oben. Ja, okay. So, so ist gut. So, dann drehen wir das süße Ding um. Wir wählen hier uns die Vorderfläche aus. Und wählen uns die Textur und nehmen, was wir uns ergoogelt haben, ein Bild. Ich habe hier mal die Wiedergeburt. Und zock. Und packen wir es rauf. So, passt. Super, wie angegossen. Jetzt wählen wir uns das aus. Drücken C. Also ich zumindest C, weil ich werde das jetzt in ein anderes Projekt reinpacken. Deshalb muss ich das kurz kopieren mit STLGC. Gehe hier auf den Content Browser, wähle mir eine Lightroom aus, damit es nicht so lange dauert. Ich glaube, klick drauf, weil ich es jetzt ein neues Projekt und einfügen. So, dann ziehen wir es im Hintergrund. Und so. Und stellen es ein bisschen aus, dass es gut aussieht. Ja, okay. So ist doch. So ist, denke ich. Ja, ein bisschen höher ist das Ganze. Ich will den Boden nicht haben. So ist gut. Jetzt rennen wir es. Das heißt, ich habe hier eine Voreinstellung Global Emotion. Ja, machen wir was. Ja, okay. Lassen wir es so. Und rennen. So, voilà. Jetzt habt ihr es. Das ist eine normale Common-Karte. Also ganz normal, ohne jetzt irgendwelche Effekte, Spiegelung, etc. Bp. Allerdings zeige ich euch erst noch mal, wie ihr eine Rare-Karte erstellen könnt. Ähm, geht einfach auf Material. Geht auf Spiegelung. Geht bei der Textur auf... B-b-b-b-beladen. Ladet euch euer Vorderbild. Äh, nein. Lassen wir es so. Und jetzt rennen wir es nochmal. Und ihr seht gleich einen Unterschied, hoffentlich. Und wie ihr sehen könnt, leuchtet das. Ähm, ich hab's jetzt noch ein bisschen andere Mehreffekte, aber könnt ihr lassen, wie ihr wollt. Ich geh jetzt nochmal hier rein in der Textur und geh auf Relerve. Äh, Relerve, Bildladen. Wieder meine, meine Wiedergebote rein. Und mache das Ding mal auf, sagen wir mal, 40. Und rennen wir. Weil, dann hat es diesen reiten Karten-Effekt halt. Wie es beim Blatt Papier ist, oder nicht Papier, aber wie in einer Karte halt. Nicht so plastisch wirkt. Auf jeden Fall ganz super. Wie ihr sehen könnt, hier habt ihr den Effekt. So, jetzt allerdings wollen wir noch was machen. Und zwar, wir gehen jetzt nochmal in die Textur rein, auf Glanzlicht, auf Metall. Damit wird's dunkler. Und ihr seht gleich, es schimmert gleich. Besser. Warten wir ein bisschen. Und dauert jetzt ein bisschen länger, aber jetzt haben wir's. Jetzt, wie ihr sehen könnt, ist es halt dieser typische Rare-Effekt, den ihr habt. Also, es leuchtet halt kein Licht direkt drauf, deshalb hat es keinen Effekt, aber halt diesen normalen dunklen Schimmer-Effekt, den ihr auch habt, wenn ihr einen Booster an der Karte kauft. Das können wir jetzt mal kurz testen, wenn wir uns ein Licht erstellen. Das Licht aber mal so provisorisch hier mal so hin. Ja, ich denke, das genügt. Und rennen. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier, wo das Licht ist, ist ein bisschen heller und ein bisschen leuchtender. Sehr cool. Das könnt ihr dann benutzen, beispielsweise als 3D-Animation, wenn ihr beispielsweise irgend so einen Fernfilm machen wollt. Upsala. Oder irgendwas anderes. Und diese ganze neue Gedöns mit diesem kräuseligen Glitter-Effekt finde ich ganz schön schwul und deswegen habe ich keinen Bock, das zu machen und euch zu zeigen. Ist auch ein bisschen anders. Auf jeden Fall war es das so im Großen und Ganzen. Ihr könnt es jetzt halt drehen. Wo haben wir es? Ja, ich spüle das Ganze aus. Ja, drehen wir mal. Seht ihr halt die Karte, könnt ihr hier unten hinten natürlich auch noch ein bisschen verändern, wie ihr wollt. Denn momentan gibt es da hinten keinen Effekt, bis auf eventuell Glanzlicht, was halt standardmäßig drin ist. Habt ihr halt wie normale Karte. Und ansonsten würde ich sagen, war es das. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein. Ach, eine Sache noch. Um das noch ein bisschen perfekt zu machen, könnt ihr natürlich. Weil, wenn ihr euch das Ding jetzt anschaut, von oben, ist es grau hier. Das muss nicht sein, weil das ist bei einer Karte nicht. Wählt ihr einfach eure Rände an, wählt eine Textur und macht das Vieh weiß. Dann dreht ihr es. Wählt das an. Packt da weiß drauf. Dreht das nochmal. Packt da weiß drauf. Und ich glaube, wir müssen nochmal drehen. Ah, shit. Das war zu viel gedreht. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Weil ich sehe, dass nicht das Licht. Auf jeden Fall, na. Habt ihr dazu dann schon... Können wir mal machen, wie das aussieht. Rennen wir mal ein bisschen... Ja, wunderbar. Okay, und sie weiß also. Okay, ist sie jetzt ein bisschen groß geworden. Ihr könnt sie halt ein bisschen klein, also ein bisschen dünner ziehen, dass es ein bisschen flacher ist. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch diesmal gefallen. Und gebt mir doch einen Daumen hoch, wenn es so war. Und über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Ansonsten haut rein bis dann bei 200. Und dann verändert sich halt die Größe. Und habt ihr verschiedene Abstände und so weiter. Ziemlich cool. Dann machen wir was anderes. Da hatte ich was gefunden. Da hatte ich was gefunden. Das hier. Ja, war das das? Ne. Also ich spiele dann...